Und Sie verlangen von mir irgendwelche Garantien. Sie müssen uns Garantien geben. Sie! Und zwar unverzüglich. Sofort. Vielen Dank, dass Sie meine Frage angenommen haben. Ich werde auf Englisch sprechen, wenn Sie gestatten. Sie haben viel über Sicherheitsgarantien gesprochen und jetzt sehen wir neue Vorschläge. Sie sagten auch, dass Sie nicht die Absicht haben, die Ukraine anzugreifen. Können Sie unmissverständlich garantieren, dass Sie die Ukraine oder einen anderen souveränen Staat wirklich nicht angreifen werden oder wird das vom Fortgang der Verhandlungen abhängen? Und noch eine Frage, was kann der Westen Ihrer Meinung nach an Russland oder seinen Absichten nicht verstehen? Danke. Also in Bezug auf Garantien und ob irgendetwas vom Fortgang der Verhandlungen abhängen wird. Unsere Handlungen werden nicht vom Verlauf der Verhandlungen abhängen, sondern von der bedingungslosen Gewährleistung der Sicherheit Russlands heute und in historischer Perspektive. In dieser Hinsicht haben wir klar und deutlich gemacht, dass die weitere Ausdehnung der NATO Richtung Osten inakzeptabel ist. Was ist hier nicht klar? Platzieren wir Raketen in der Nähe der Grenzen der Vereinigten Staaten? Nein! Es sind doch die USA mit deren Raketen, die zu unserem Haus gekommen sind. In der Türschwelle unseres Hauses stehen sie bereits. Ist es etwa eine überflüssige Forderung, keine Angriffsysteme mehr an unsere Landesgrenzen zu verlegen? Was ist hier ungewöhnlich? Gucken Sie, wir würden die Amerikaner reagieren, Wenn wir unsere Raketen an die Grenze zwischen Kanada und den USA oder an die Grenze zwischen Mexiko und den USA bringen und dort platzieren würden? Oder hatten die Mexiko und die USA nie territoriale Probleme? Und wem gehörte Kalifornien zuvor? Und Texas? Habt ihr das vergessen? Okay, alles hat sich beruhigt. Niemand erinnert sich daran, so wie man sich heute an die Krim erinnert. Wunderbar. Auch wir versuchen nicht zu erinnern, wie die Ukraine entstanden ist. Wer hat sie gegründet? Lenin, Wladimir, Ilyich. Als er die Sowjetunion gründete. Der Unionsvertrag von 1922 und 1924 die Verfassung. Zwar nach seinem Tod, aber nach seinen Grundsätzen wurde sie gegründet. Aber die Frage der Sicherheit besteht jetzt. Geschichte lassen wir außen vor. Die Frage besteht in der Gewährleistung der Sicherheit. Deshalb ist uns nicht der Verhandlungsverlauf wichtig, sondern das Ergebnis. Als ob wir das alles nicht wissen. Ich habe es schon oft gesagt und Sie wissen es wahrscheinlich auch. Keinen Zentimeter nach Osten. Sie haben uns einfach dreist belogen. Fünf Wellen-NATO-Erweiterungen. Und jetzt, bitte in Rumänien, gleich tauchen entsprechende Systeme in Polen auf. Darum geht es, verstehen Sie es doch endlich. Nicht wir bedrohen jemanden. Sind wir etwa dort hingekommen an die Grenzen der USA oder an die Grenzen von Großbritannien oder sonst wohin? Zu uns sind sie gekommen. Und jetzt sagen sie noch, nein, jetzt wird die Ukraine auch in der NATO sein. Dann werden es auch dort die Systeme geben. Wenn nicht als NATO-Mitglied, dann gibt es die Systeme auf bilateraler Basis. Stützpunkte und Angriffssysteme. Davon ist hier die Rede. Und Sie verlangen von mir irgendwelche Garantien. Sie müssen uns Garantien geben. Sie. Und zwar unverzüglich. Sofort. Anstatt jahrzehntelang. Und dann mit so milden Worten über die Notwendigkeit der Sicherheitsgewährleistung zu sprechen und trotzdem das zu tun, was Sie vorhaben. Darum geht es. Und bedrohen wir etwa jemanden? Was war der zweite Teil? Wiederholen Sie ihn bitte. Was versteht der Westen Ihrer Meinung nach nicht an Russland? Wissen Sie, was er versteht und was nicht? Manchmal kommt es mir vor, wir leben in verschiedenen Welten. Ich habe gerade offensichtliche Dinge gesagt. Wie kann man das nicht verstehen? Ihr sagtet, wir werden nicht expandieren, doch expandiert weiter. Ihr sagtet, es wird im Rahmen einer Reihe internationaler Abkommen gleiche Garantien für alle geben. Aber diese gleiche Sicherheit tritt nicht auf. Okay, schauen Sie mal. Im Jahr 1918 sagte einer der Assistenten von Woodrow Wilson, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, die ganze Welt wird ruhiger, wenn an der Stelle des heutigen riesigen Russlands ein Staat in Sibirien und vier weitere Staaten in seinem europäischen Teil auftreten. 1991 haben wir uns selbst geteilt. In zwölf Teile, glaube ich. Richtig? Aber ich habe den Eindruck, dass dies unseren Partnern nicht genug ist. Viel zu groß ist Russland heutzutage, denken Sie, weil die europäischen Länder selbst zu kleinen Staaten geworden sind. Keine großen Imperien, sondern kleine Staaten mit 60 bis 80 Millionen Menschen. Und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wo es nur 146 Millionen übrig geblieben sind, ist selbst das zu viel. Ich glaube, dass das die einzige Erklärung für diesen konstanten Druck ist. In den 90er Jahren tat die Sowjetunion alles, um normale Beziehungen zum Westen und zu den Vereinigten Staaten aufzubauen. Ich habe es schon mal gesagt und wiederhole es nochmal. Lassen Sie Ihre Zuhörer und Zuschauer sehen. Ich erinnere mich nicht, von welchen Medien sie kommen, aber es spielt keine Rolle. In unseren Einrichtungen des Atomwaffenkomplexes, also des militärischen Komplexes, gab es Vertreter der zuständigen amerikanischen Dienste. Sie gingen dorthin zur Arbeit, in den Einrichtungen des russischen Atomwaffenkomplexes. Jeden Tag. Sie lebten dort. Zahlreiche Berater arbeiteten in der russischen Regierung, darunter CIA-Mitarbeiter. Was brauchte er denn noch mehr? Warum war es notwendig, Terroristen im Nordkaukasus zu unterstützen und offensichtliche terroristische Organisationen einzusetzen, um zu versuchen, die russische Föderation zu zerschlagen? Aber das taten sie doch. Und ich, als ehemaliger Direktor des FSB, weiß das ganz genau. Wir arbeiteten mit Doppelagenten. Sie berichteten uns, welche Aufgaben ihnen die westlichen Sonderdienste gaben. Aber warum musste das getan werden? Man sollte im Gegenteil Russland als möglichen Verbündeten behandeln und es stärken. Aber nein, das Gegenteil war der Fall. Der Versuch eines weitergehenden Zusammenbruchs. Und dann begann man die NATO Richtung Osten zu erweitern. Und natürlich, wir haben doch gesagt, tut das nicht, ihr habt uns doch versprochen, es nicht zu tun. Und sie sagen zu uns, wo steht das geschrieben? Gibt es nichts? Na, was wollt ihr dann? Verschwindet. Spucken wollten wir auf eure Sorgen. Und von Jahr zu Jahr ging das so. Jedes Mal, wenn wir was dagegen sagten und versuchten, etwas zu verhindern und unsere Besorgnis äußerten. Nein. Geht aus dem Weg mit euren Sorgen. Wird um das, was notwendig ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Expansionswellen. Also. Wobei, verstehen Sie uns nicht? Ich weiß nicht, was hier nicht klar ist. Ich denke, alles ist mehr als deutlich. Wir wollen für unsere Sicherheit sorgen.